Tagescast. Blogs zum Hören. Der Text kommt von New Klaus vom 10. Juli 2020. Autor Dr. Klaus-Dieter Humpig. Laufzeitverlängerung. Schon 2019 haben folgende Reaktoren eine Betriebsdauer von 50 Jahren erreicht. Tarapur 1 und 2 in Indien, Witznau in der Schweiz, 9x1 und Jinnah in den USA. Seit 2018 besitzt das Kernkraftwerk Turkey Point in Florida, USA, sogar eine Lizenz für 80 Jahre. Ein Trend, der sich weltweit fortsetzt. Was steckt dahinter? Lebensdauer versus Betriebsdauer. Diese zwei Begriffe werden bewusst oder unbewusst oft gleichgesetzt. Die technische Lebensdauer eines Kraftwerks ist theoretisch unbegrenzt, da ständig gewartet wird und einzelne Komponenten bei Bedarf ausgetauscht werden können. Die Betriebsdauer ist vornehmlich eine betriebswirtschaftliche Größe. Irgendwann wird der laufende Aufwand für Reparaturen so groß, dass sich ein Weiterbetrieb nicht mehr lohnt. Bei der ersten und zweiten Generation von Reaktoren wurde die Betriebsdauer mit 30 bis 40 Jahren angegeben. Dies war quasi ein Mindesthaltbarkeitsdatum des Herstellers, damit der Kunde überhaupt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung ausführen konnte. Im Kraftwerksbau ermittelt man die Stromgestehungskosten, zum Beispiel in Euro pro Megawattstunde, als levelized cost of electricity. Darunter versteht man nicht nur die Investitionen, sondern alle im Betrachtungszeitraum anfallenden Kosten. Kapitaldienst, Personal, Brennstoffversicherungen, Wartung und Reparatur, Rücklagen für die Entsorgung etc. Geteilt durch die zu erwartende elektrische Energie. An dieser Stelle wird schon deutlich, warum Wind und Sonne nie mit Kernkraftwerk wirtschaftlich konkurrieren können. Bei Kernkraftwerken der dritten Generation wird die Mindesthaltbarkeit heute mit 60 Jahren angegeben. Bei Windmühlen und Photovoltaik mit 20 Jahren. Dies ist schon ein Faktor 3. Die Arbeitsausnutzung eines Kernkraftwerks liegt bei 90%. Demgegenüber beträgt die realisierte Arbeitsausnutzung von Wind und Sonne wetterbedingt etwa 15% als tatsächlich gemessene und über einen längeren Zeitraum gemittelte Werte für die installierte Leistung in Wind- und Sonnenenergie in Deutschland. Überschlägig muss man also die spezifischen Investitionskosten von Wind und Sonne mit einem Faktor 18 multiplizieren, um sie mit einer Investition in ein Kernkraftwerk vergleichbar zu machen. Ganz abgesehen davon sind solche Vergleiche zwischen stets nach Bedarf lieferbarer elektrischer Energie und wetterbedingt zufälliger Erzeugung ohnehin ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Spätestens jetzt muss, zumindest jedem ideologisch nicht vorbelasteten Menschen, klar sein, warum sich sogar ein so extrem teures Kernkraftwerk wie Hinkley Point gegenüber Windkraft aus der Nordsee rechnet und bereits folgerichtig die nächsten baugleichen Blöcke in Syswell in Vorbereitung sind. Erklärt das vielleicht den neuen Hype auf grünen Wasserstoff in einschlägigen Kreisen, sozusagen als neuen Sattel für ein längst totes Pferd? Das Potenzial für Laufzeitverlängerungen. Weltweit sind zurzeit 363 Leichtwasser, 48 Schwerwasser, 14 CO2-Graphit, 13 Wassergraphit und zwei schnelle Reaktoren in kommerziellem Betrieb. Zieht man die 27 graphitmoderierten Reaktoren ab, verbleiben somit trotzdem über 400 potenzielle Reaktoren zur Laufzeitverlängerung. Hier wird auch die prinzipielle Grenze notwendiger Nachrüstungen deutlich. Die Konstruktion der CO2-Graphitreaktoren in Großbritannien erlaubt es nicht, die gealterten Moderatoren aus Graphit zu vertretbaren Kosten auszuwechseln. Bei den Wassergraphitreaktoren, Chernobyl-Typ, kommen noch grundsätzliche Bedenken hinzu. Ausschlaggebend für eine Laufzeitverlängerung ist aber immer der politische Wille. In vielen Ländern besteht eine negative Einstellung zu Kernenergie. Wo die Atomkraftgegner noch nicht an der Macht sind, versucht man die Kosten durch Sonderbelastungen politisch hochzutreiben, zum Beispiel Brennelementesteuer in Spanien oder Schweden oder durch Dumping von Wind- und Sonnenstrom. Beliebt sind auch neue Standards, zum Beispiel Kühltürme, um Projekte unwirtschaftlich zu machen. In Ländern mit ökosozialistischer Orientierung ist selbst das nicht mehr notwendig. Dort reicht der Wille einer Regierung, CDU-CSU mit FDP, par ordre du mufti, den Atomausstieg zu vollziehen. Kosten spielen dabei selbstredend keine Rolle, denn die müssen ja durch Dritte, uns, dem Verbraucher, getragen werden. Vorläufige Krönung dieser Untaten war die Sprengung von Philipsburg, in Betriebnahme 1985, mit einem angeblichen Restwert von 3 Milliarden Euro. Aus pubertärer Zerstörungswut mussten unmittelbar Fakten geschaffen werden, da eine Laufzeitverlängerung mit geringen Kosten möglich gewesen wäre. Doch nicht genug, der hässliche Deutsche greift schon wieder nach Frankreich. Um der eigenen verbohrten Klientel Genüge zu tun, verleumdet man dummdreist französische Reaktoren als Schrottreaktoren. Was man wohl dem Genossen Macron für seinen innenpolitischen Unbill zahlen muss? Der wirtschaftliche Aspekt. Die Schließung eines Kernkraftwerks führt zu erheblichen sozialen Schwierigkeiten fort. Wegfallende Einnahmen für die Gemeinde, Wegfall gut bezahlter Arbeitsplätze, Verlust von Aufträgen für das lokale Gewerbe, verringerte Kaufkraft etc. Es ist kein Zufall, dass überall, wo Kraftwerke stillgelegt werden sollen, Kundgebung für deren Erhalt stattfinden. Es gibt faktisch keine kostengünstigere Stromerzeugung als durch die Laufzeitverlängerung eines bestehenden Kernkraftwerks. Geht man von maximal 50% der ursprünglichen Baukosten für die erforderliche Modernisierung aus, kann damit keine andere Erzeugungsart konkurrieren. Natürlich bleiben die Vorteile der Kernenergie dabei in vollem Umfang erhalten. Geringster Materialverbrauch über den Lebenszyklus nahezu ohne Freisetzung von Abgasen. Einsparung von Boden, insbesondere gegenüber Regenerativen mit geringer Energiedichte. Verhinderung von Luftverschmutzung durch Stickoxide, Feinstaub etc. Bereitstellung von Grundlast bzw. Lastfolge zum Ausgleich von Spitzen und Tälern. Versorgungssicherheit bei extremen Wetter oder schwierigen außenpolitischen Lagen. Bereitstellung großer Schwungmassen zur Stabilisierung der Netzfrequenz. Große Brennstofflagerung auf dem Kraftwerksgelände als Sicherheit vor Energiepreisschwankungen. Gefragter Arbeitgeber mit gut bezahlten Jobs für hochqualifizierte Arbeitnehmer und Nachfrage für das lokale Gewerbe überwiegend in ländlichen Gemeinden. Gegebenenfalls Bereitstellung von Isotopen für Medizin, Forschung, Industrie und Landwirtschaft. Darüber hinaus fallen keinerlei Kosten für Netzausbau, Bereitstellung von Bilanz und Regelleistung, Backup-Kraftwerke zur Kompensation des Wetters oder Garspeicher an. Deutschland zeigt eindrucksvoll, dass durch den Ausstieg aus der Kernenergie und neuerdings auch noch der Kohle eine dauerhafte Abhängigkeit von importiertem Erdgas geschaffen wird. Ist das vielleicht das wirkliche Ziel? Schröder fing auch als rot-grüner Bundeskanzler an und endete als russischer Gasmann. Die Voraussetzungen Eine Laufzeitverlängerung erfordert eine langjährige Planung in enger Abstimmung mit den Genehmigungsstellen und Zulieferern. Am Anfang steht die Erfassung des Ist-Zustands durch den Betreiber. Je genauer die Dokumentation im laufenden Betrieb ist, umso besser. Protokolle der Wiederholungsprüfungen, Kontakte zu Ersatzteillieferanten, Dokumentationen über schon erfolgte Modernisierungen etc. Eine möglichst detaillierte Planung ist erforderlich, da es sich schnell um drei- bis vierstellige Millionenbeträge drehen kann. Heute erstellt man deshalb von Anbeginn an ein Plant Life Management Program. So kann man zum Beispiel Modernisierungsmaßnahmen, das Auswechseln von Großkomponenten usw. über einen längeren Betriebszeitraum bzw. unter Nutzung der notwendigen Wiederholungsprüfungen verteilen, damit die Ausfallzeiten des Kraftwerks minimiert werden. Geradezu überlebenswichtig ist die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den zuständigen Überwachungsstellen. Man kann nicht einfach einzelne Komponenten in einem Kernkraftwerk auswechseln. Jedes Ersatzteil muss durch die Zulassungsbehörde geprüft und genehmigt sein. Eine funktionierende Zulieferkette ist deshalb zwingend erforderlich und in der Praxis oft ein großes Problem. Warnendes Beispiel ist zum Beispiel das Kernkraftwerk San Onofre in Kalifornien, das durch die Auswechslung der Dampferzeuger zu einem Totalschaden kaputt modernisiert wurde. Problem war, dass der ursprüngliche Hersteller längst nicht mehr existierte und der neue Anbieter offensichtlich überfordert war. Hinzu kommt, jede Komponente ist ein Teil des Systems Kernkraftwerk und seiner ursprünglichen Sicherheitsphilosophie. So gibt es Kernkraftwerke, die voll digital umgerüstet wurden, aber immer noch Telefone mit Wählscheiben haben. Die Genehmigungsbehörde hat die Telefone als Teil des Sicherheitssystems betrachtet und wegen einer Diversifizierung auf die gute alte Analogtechnik auch weiterhin bestanden. Es kommt deshalb irgendwann zu wirtschaftlichen Problemen, wenn man eine Technik über rund 100 Jahre pflegen muss. Andererseits bieten heute auch neue Technologien, wie der 3D-Druck, neue Werkstoffe und Computersimulationen wertvolle Hilfe. Eine notwendige Generalüberholung von Baugruppen ist oft auch mit einer Leistungssteigerung verbunden. So wurde bei vielen Dampfturbinen durch den notwendigen Einsatz neuer Schaufeln die Leistung gesteigert. Selbst ein einstelliger Leistungszuwachs ergibt bei den vielen tausenden Betriebsstunden eine hübsche Zusatzeinnahme. Bezeichnenderweise stieg die Gesamtleistung aller Kernkraftwerke in den USA an, obwohl gleichzeitig einige Kraftwerke stillgelegt worden sind. Eine weitere Aufgabenstellung bei Laufzeitverlängerung ist die Personalplanung. Kein Berufsleben kann länger als 60 Jahre dauern. Es muss also rechtzeitig Nachwuchs ausgebildet und eingestellt werden. Dies gilt auch für die gesamte Zulieferindustrie. Die Zulieferindustrie kann aber nicht beliebig lange Kapazitäten vorhalten. Das Fachpersonal braucht besondere Qualifikationen, Wiederholungstests und vor allen Dingen Übung durch beständige Praxis. Zu welchen Kosten und Schwierigkeiten mangelnde Übung führt, zeigen die Baustellen Vogtle in den USA und Flammernville in Frankreich auf dramatische Weise. Die Aussage der Atomkraftgegner von hohen Baukosten und langen Bauzeiten ist zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden. Laufzeitverlängerungen und Neubauten sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich vortrefflich. Die Eselei eines Atomausstiegs, bevor man eine vergleichbar effiziente und kostengünstige Technologie hat, dürfte in der Industriegeschichte ziemlich einmalig sein und bleiben. Hat man erst die Dampflokomotiven zerstört, bevor man brauchbare Diesel- und Elektrologs hatte? Zerstört man heute alle Computer wegen der vagen Idee von Quantenrechnern? Genau das ist aber hier passiert. Man zerstört erstmal eine funktionierende Stromversorgung, weil ein paar bildungsresistente, gleichwohl äußerst geschickte und auf ihre eigenen Fründe bedachte Politiker etwas von einem Stromnetz aus 100% Winden und Sonnenkollektoren zusammenfantasieren. Bereitwillig unterstützt von unzähligen Schlangenölverkäufern aus der Wirtschaft. Namen, Aussagen und Taten sind bekannt. Das Internet vergisst bekanntlich nicht. Es wird eine schöne Aufgabe für kommende Historikergenerationen sein, zu beurteilen, ob es sich einfach nur um abgrundtiefe Dämlichkeit oder eher wieder um die Banalität des Bösen gehandelt hat. Inzwischen ist die Verantwortung ja so breit gestreut und so eng auf Spezialgebiete verteilt, dass wieder alle sagen können, sie hätten von nichts gewusst und außerdem nur Anweisungen ausgeführt. Gute Nacht, deutsche Wissenschaftler und Ingenieure. Wundert euch nicht, wenn unser Berufsstand auf ewig kompromittiert ist. Innerlich wart ihr ja alle dagegen, aber man konnte ja nichts machen, gell? Ob diese Nummer zum dritten Mal durchgeht? Der Text wurde veröffentlicht auf www.newclause.net.